Du hast mich nicht mal gesehen. Das, also wirklich, das fahr ich nie wieder mit dem Schiff lang. So. Oh, ich bin dort durchgefahren, sehr schön. So, das ist übrigens eine Datenstation, damit können wir jetzt nochmal neue Rennen aufdecken oder Minimissionen. Sagen wir jetzt auch mal so, Minimissionen. Und, ja. Das ist schön, dieser Anblick. Finde ich interessant. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier so großartig Neues freigeschalten? Datenstation gefunden. Ja. Ja. Ja.